Auch der Anhang der blau-weißen Linzer wird die abgelaufene Saison nicht so schnell vergessen. Am ersten Spieltag musste die Stahlstadt-Telf nach Wien-Döbling, wo man auf die Fürst-Vienna traf. Magischer FC, hieß es auf dem Transparent zur Pyro-Show. Nur wenige Runden nach Saisonauftakt traf man im Liga-2-Klassiker auf den GAK. Zum Intro gab es eine Fahnen-Koreo gepaart mit Blinkern. Im Verlauf des Spiels zeigte man eine gelungene Pyro-Show. Exakt acht Runden darauf kam es zum Oberösterreich-Derby, das uns in den vergangenen Jahren schon so einiges bot. Zum Intro gab es zum 25-jährigen Vereinsjubiläum eine optische Aktion, bestehend aus blau-weißen Streifen, Vereinswappen und Konfetti. Am 14. Spieltag zeigte man zu Spielbeginn ein Blockfahnen-Element auf dem folgendes geschrieben stand, Gestern heute Morgen, all different all equal, gemeinsam gegen Rassismus. Bereits am nächsten Spieltag bekam man es auswärts mit der Admira Zutun. Spruchbänder und eine Pyro-Show untermalten den starken Auswärts-Support, wobei man auch Unterstützung aus Regensburg und Wien Grün hatte. Nach einer viel zu langen Winterpause kam es wieder zum Derby zwischen den beiden SKV. Zum Intro gestaltete die Banda Azora eine simpel, aber doch ansehnliche Choreo, die mit Rauch untermalt wurde. Auswärts bei der Zweitvertretung von Austria-Wien und daheim gegen Admira gab es jeweils eine Pyro-Show. Dann standen die entscheidenden Spiele vor der Tür, zunächst musste man nach Graz. Die Szene der königsblauen Linzer kam verspätet im Stadion an, machte sich jedoch umgehend mit Böllern bemerkbar, womit man beinahe einen Spielabbruch forcierte. Nach Seitenwechsel gab es eine schöne Pyro-Show. Nur zwei Runden später stand der nächste Schlager an, der SKV musste in Niederösterreichs Landeshauptstadt, wo man den mit Abstand besten Auftritt seit Jahren hinlegte. Zu Spielbeginn gab es ein Chaos-Intro aus Fahnen, Doppelhaltern, Rauch und Blinkern. Dabei hatte man Unterstützung aus Stuttgart von den Kickers und Regensburg. Nach kuriosen Spieltagen musste die Meisterschaftsentscheidung am letzten Spieltag fallen, wo man gegen die Zweitvertretung des SK Sturm ran musste. Für die Szene ging es per Fanmarsch zum Stadion, wo man sich für Spielbeginn etwas Besonderes einfallen ließ. Unter dem Motto Blutschweiß und Tränen gab es seitens der Banda Azora eine Blockfahnen-Choreografie, die mit Rauch abgerundet wurde. Nach Schlusspfiff eskalierten alle Fans, doch wenn ihr mehr zum Titelkampf in Liga 2 wissen wollt, schaut euch gerne unser Video dazu an und vergesst nicht auf unserer Website für die Choreo des Jahres abzustimmen.